Wir haben jetzt schon die Bühne verlassen, wir machen immer noch eine kleine Pause, das nennt sich Get Together. Da kommen wir, die Band, hier unter an die Seite rechts und haben die Möglichkeit, uns ein Getränk auszugeben. Oder ist das was? Da gehe ich kaputt. Ich freue mich immer. Schön, dass ihr euch auch freut. Oder eine Wurst. Oder ihr könnt mit uns ein Schwätzchen machen. Wir stellen auch für diejenigen, die richtig durchfeiern wollen, Arbeitsbefreiung für Montag aus. Wir brauchen nur die komplette Anschrift vom Arbeitgeber. Das ist amtlich. Also wenn ihr nicht wollt, kommt ihr aus Gommern oder seid ihr von weiter angerissen? Was? Das kenne ich gar nicht. Ist aber egal. Auch für werden wir eine Befreiung ausstellen. Gerade die weit angereist sind, vielleicht sogar aus ganz entlegenen Gebieten, wo es den Menschen nicht so gut geht, wie hier bei uns in Sachsen-Anhalt. Vielleicht aus Bayern oder so. Können wir das auch machen. Also, wenn ihr Lust habt, dann kommt ihr zu uns. Aber vorher wollen wir noch einen kleinen Song riskieren. Und zwar, wir sind viel unterwegs. Oftmals ist es so, wir wollen eine Pause machen, wir gucken und drehen uns um. Der DJ ist noch Kaffee trinken. Deswegen machen wir meistens die Pausmusik selber. Das machen wir auch jetzt für euch. Und wir zeigen euch kurz, wie das geht. A Cappella funktioniert wie folgt. Achtung! 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 Ich lebe, weil du mein Atem willst, du willst viele, weil du mein Kissen... Da trägt immer völlig durch. Wir müssen uns kurz entschuldigen, wir sind schon ein paar Wochen auf Tour, wir waren lange nicht zu Hause unterwegs, sind seine Tabletten ausgegangen. Aber wir legen nächste Woche wieder nach. Also, das ist der Beweis, wir sind zwar eine 50er Jahre Rock'n'Roll Band, wir können aber auch anders, wenn wir wollen. Wollt ihr den Beweis hören, dann würden wir jetzt ein paar moderne Songs nur mit 5 Stimmen für euch produzieren. Wollt ihr?